hallo und zurück zu baldur's gate ja jetzt habe ich natürlich so lange nicht mehr so machen wir jetzt habe ich so lange nicht mehr das ganze angefasst ich habe immer eine ganze zeit weil da habe ich hintereinander praktisch gespielt und da ging das natürlich einwandfrei aber so sieht es wieder anders aus wie sieht denn die gruppe aus gepäck mäßig colette und der göttel der umwandlung ich glaube wir haben alles verkauft was zu verkaufen ging ach warte mal formel stein zu vielleicht wollten wir nicht noch mal zu der weil ich es grad sie zu dem rummel der zu dem zirkus wenn man helden trank tut mir echt jetzt leid dass ihr da jetzt mal mit dazu kommen es wird jetzt ein bisschen die anfangsphase ich weiß auch nicht wie oft ich jetzt dazu kommen wir mal raus steht ganz oben auf meiner liste weil die sind ja jetzt auch du hast wieder alles alles klar was hast du hier noch eine rüstung des glaubens und was hast du hier sprühende farben und eine person bezahlt mehr kannst du nicht oder wieso ist das so ein blödsinn nicht was anständiges das ist tatsächlich nichts anderes ist ja wenig mein freund ich hoffe das wird noch mehr so denken wir wissen ich muss meine das ist echt blöd jetzt 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 wirkt sich natürlich das ganze negativ aus dass ich mich auf der couch hier breitmacher mit funk zubehör das kann also im grunde nur nach hinten losgehen aber okay das soll ja nicht eures sorgers sein ja was bin ich weit voraus haben wir jetzt alle hier oder haben wir jemanden wieder vergessen drin sind wir hier zufälligste weise im perigost laden von naschkel okay was wollten wir hier in naschkel noch mal weil der tempel hier war oder ich habe ich habe keine ahnung es sollte wirklich bevor man loslegt sollte man wartet mal war da nicht eine quest ne die war doch aber perigost denke ich gurke ja wo wo die alles sind das natürlich jetzt das andere aber perigost okay es ist viel in perigost ne was ist mit dem ehemann hier der ist in den süden gereist mir jan ja sie wird in einer knollfestung westlich von naschkel okay da können wir jetzt sind wollten wir das machen nirgol beginnete wenn wir einfach sterben dann ist es so so westlich von naschkel und gehen wir mal da gehen wir östlich raus oder natürlich westlich also müssen wir hier über die auf geht's mein ernst ich habe volles vertrauen in euch ja aber westlich von naschkel da waren wir doch schon mal ne da waren wir nicht schaut hin das sind so dinge wo wir noch nicht waren okay dann reißen wir na dann geht's los seid ihr dabei steht ganz oben auf meiner liste gab es hier ich bin jetzt durch king maker noch ein bisschen verwirrt wir werden auf alle fälle baldur skate 3 spielen wenn das rauskommt ich habe so riesen bock drauf und ich mag auch wahnsinnig gerne die dieses rundenkampf system von divinity mag ich echt super gerne ich echt voll kann man eigentlich auch nicht kann man hier ja hier kann es trotzdem ein bisschen blöd wenn wir gehen wir weiter runter so geht nicht ganz so weit und passt auf dass er in kein wo ist es dir also okay hier sind wir schon ganz unten also das heißt ja gut wir müssen hier noch rauf dann ja das ist halt im grunde bin ich nicht mehr für mausspiele ist mein platz hier und so weiter nicht mehr geeignet und ich sag euch eine funk maus ist kein würdiger ersatz für eine kabel maus jetzt sieht es noch gut aus oder hier muss eine festung dann praktisch sein ist es richtig oder wir sind im falschen bereich sonst müsste hier eine festung sein bisher noch nicht ein feind dann kommt irgendetwas ganz großes oder was ist das hier unten für ein weg doch da kommen wir sogar rüber kommen wir hinten noch rauf okay gut haben wir auch das erledigt gut so dann so zitiert das ist echt doof dann gehen wir mal hier hin aufmännens und mädel im oen im oen ist die beste ja ich habe gedacht trotzdem ich möchte mich auch wenn denn baldur skate 3 rauskommt möchte ich mich hier nicht von baldur skate 1 trennen wie hat einer gesagt kenara glaube ich wo es und wenn es mit unserer spielweise 100 jahre dauert ich würde es gern um in meinem kanal behalten bären sind glaube ich so die greifen an wenn man in die nähe kommt Mist jetzt ist aber ganz in der Nähe wir hoffen mal da kraftlicht also wir wir werden jetzt nichts machen okay hier ist aber auch nichts ihr seht wie mein mauszeuger hier rum spackt nicht so schön vielleicht muss ich aber auch eine neue batterie rein machen könnte ich mir vorstellen so schauen wir weiter aber hier soll eine festung sein oder oder sind wir am falschen punkt was ist das ein wolf ja aber getwin bleibt kalid bleibt ja oh allgegenwärtige autoritätsperson wer will noch mal wer hat noch nicht eins auf die kür das länder ist so zu ich liebe sie du bist ja ein komischer Kauz wir sind die total komischen Kauze wo ist ein mensch den hauen wir als erstes ran der ist noch unverletzt wow obwohl alles drauf schießt was drauf zu schießen geht das macht mir ein bisschen Sorgen um ehrlich zu sein schießt ja schwer verletzt okay jetzt alle da drauf ne auf den wolf boah ist das ein Mist was habt ihr dieses mal für mich das was lasst dich bitte nicht beißen okay das war ja schon mal gar nicht so schlecht ja was steht ganz oben auf meiner Liste hä nee warte ich mal kalid wie bist du denn so drauf warte ich mal ich muss mit meiner Brille aufsitzen ich sehe gar nichts das kommt noch dazu im Alter sag ich euch plötzlich braucht man eine Brille weil man nichts mehr sieht in der Ferne zumindest also nah sehe ich noch wie ein Adler hätte ich beinahe gesagt das passt nicht so ähm ja ähm ich sehe gerade nicht wie viel der tragen kann wo sieht man denn das wo sieht man sein 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 Fassungsvermögen hä das hat man ach hier unten beim Rucksack alles klar ja dann geben wir es erstmal kalid oder kalid mach mal schau mal kalid braucht nicht zu schauen da gibt es nichts bei den Wölfen was habt ihr dieses Mal für mich kann man noch nicht mal kann man noch nicht mal eine Haut abziehen das ist traurig okay so dann werden wir hier am Felsen weiter uns vorbewegen ja unser Häuter in also unser Alchemist im Kingmaker ne bei Kingmaker der ist auch nicht so der heute also das schlägt oft viel so jetzt müssen wir mal schauen hier hinten geht es nicht also geht es hier durch könnt wahrscheinlich einen Hinterhalt ne und hier müsst ihr dann aha aha okay dann zack alle drauf ja ja was wollt ihr gedwin bleibt hier stehen kann ich euch wenn niemand besser geeignet ist kalid bleibt hier stehen nicht so viel reden und mir ich bin voll bewaffnet und kampfbereit ha du stellst dich mal hier in dem ich weiß nicht in wie weit jetzt kommen sie alle ne ja ich kümmere mich gleich ich tu mein bestes immer rauf die Augen boah immer rauf die Augen boah heute ist wieder schlimm muss wirklich mal glaube ich neuer was habt ihr dieses mal für mich steht ganz oben auf meiner liste für die gefallenen gute arbeit ja was steht ganz oben auf meiner liste gute arbeit so schauen wir was wir für krimskrams dabei haben wir nehmen erstmal alles mit und dann hauen wir es eben wieder weg was zu viel ist und ihr wisst ja da man hier ja instant sterben kann bei kingmaker kann man das natürlich nicht machen da haben wir iron man also da können wir dann wir können schon laden aber da darf die Gruppe nicht komplett hingemeuchelt sein und man muss wieder laden ja halt es wird halt automatisch gespeichert ich kann ich kann nicht händisch speichern bei kingmaker das ist der nächste ja da können wir eigentlich gleich halt verdammt hat hier noch jemand wenn der das so jetzt in die massen da hinten rein feuert aber ja feuert glaube ich aus allen rohren oder kann ich kann ich euch behilflich sein wir sind hier eigentlich jetzt getwin wer ist das wir sind alle verdammt ne mach mal feuer lieber mal hier hin entschuldigung oder feuer mal wartet mal mach mal ganz anders feuer mal hier hin ok das war zwar jetzt nicht ideal gefeuert aber es hat trotzdem noch einen schwung hier hinten mitgenommen und unserem mann hier obwohl die halten sich recht wacker zuzelt so du bleibst mal hier drüben minsk wird sich hier und getwin weiß ich nicht richtig ja doch bleib mal hier und die ganze meute hier hinten die wird hier drauf ne dann getwin auch hier drauf halt minsk ist angeschlagen könntest du bitte mal für minsk das wäre super ähm ok weitere feinde gesieftet kalid kommen die immer zu nee kalid du stellst dich hier hin ähm ja du musst dich du musst dich schon mal richtig stillen du auch könntest du um ehrlich zu sein minsk nochmal heilen ach ne oh gott oh gott ich werde jetzt beinahe nochmal kalt nee sollst du nicht warte mal wie können wir dann ok oh das sind nochmal genauso viele ähm minsk ein bisschen zurück so hier haben wir jetzt die das dreier gespann ok auf geht's du ein bisschen zurück halt ja was wollt ihr ja ich kümmere mich gleich drum du hast es doch gewollt da kommt von oben noch was das scheint die festung zu sein ne hm 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 was kannst denn du das ist nicht vergeblich bis dann des Wahnsinns sprühende Farben bitte auf ihn her ok ich hab keine Ahnung ob das irgendwas gebracht hat er ist unverletzt super ähm dann musst du getwin zurück und hier drauf so jetzt müsst ihr dummerweise mal getwin helfen du haust ein Segen raus auf getwin soll ich noch ein bisschen warten der hat zu wenig Rüstung an glaube ich ne denk dir nochmal warten ok Segen ist raus wir sind alle verdammt was kannst du warte mal du kannst doch auch noch wechsel mal deinen Stab wieder mein Freund ihr könnt natürlich auch noch eine Spruchrolle raushauen Schutz vor Bösen Schutz vor Bösen zum Beispiel obwohl ne wir lassen es mal oder Glück ne könnten wir auch obwohl es sind noch einige wie seien wie sehen die aus unverletzt 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 ok so du zack ihr müsstet minsk mal ein bisschen freischaufeln wisst ihr das das wäre super du hast jetzt soll ich eure Hosen bügeln ja ja ne ok die ist fertig dann kannst du gleich nochmal ok sehr schön habt ihr das geregelt hier puh ich bin schon ein bisschen schon ein bisschen durch hier super ne wirklich ihr habt es super geregelt mal los jetzt müssen wir schlafen geht mal zurück damit Khalid hier ein bisschen die Nacht bricht herein und die Natur schlägt obwohl die halt mal wartet mal die ganzen die ganzen Ketten hier die können wir doch achso das sind gar keine Ketten alles ja geht trotzdem mal durch und die Schwerter ja alle brauchen wir eigentlich nicht wenn ich so recht bitte aber aber das geht alles glaube ich in unseren Edelstein sag mal den haben wir noch nicht ausgeleert oder wir müssen wenn wir was verkaufen auch mal schauen was wir in unserem Edelstein sack haben eher der der voll läuft das habe ich natürlich noch überhaupt bedacht sag ich euch wir schauen mal was da drin ist und was da noch rein kann oder nicht okay ich gehe noch nicht drauf nicht da ich noch irgendwas anziehe an Feinden ne so wir schauen mal so was ist denn jetzt mit dein du hast doch sag mal hattet ihr nicht ein hattet ihr nicht ein Säckchen hier mit oder ist das ist ja Müll warte ich mal kurz ich hätte schwören können habe ich das jemand anderem gegeben ach ihr aha finde ich gut finde ich irgendwie gut ähm und wie kriegt man das nochmal auf Wälder öffnen okay da ist einiges drin nämlich schaut mal hin ach da ist ja auch Colettes Familien ich weiß nicht manchmal ist es so ja es war glaube ich nur beim schwarzen Auge so weil das eine Mod war ich glaube hier ist es kein Problem aber okay okay gut dann wirst du das mal verwalten hier ach du hast ja außerdem wir hätten dem auch ja gut Entzug von Lebenskraft ist ein bisschen blöd was hast du denn noch eigentlich Schutz vor Bösen Schlaf ist natürlich auch eine gewaltige oder Person bezaubern ist natürlich auch toll ich glaube Lebensenergie ist eher das was man mehr nicht zubraucht also das man schon braucht aber erst natürlich wenn er angeschlagen ist ja dann ich lasse mal jetzt Kalid Moment verdammt das wollte ich natürlich nicht Monster du bringen uns um aber wir haben dir gar nichts getan Ursa dich umbringen uns beschützen weil Ursa gnädig verdammt ja dann ich gehe zurück ach das ist Ursa verdammt zu genäht kann ich euch behilflich sein ist es minz ne ist immerhin immerhin zurück denn ich verschwinde jetzt nicht so viel reden und mir kämpfen was habt ihr dieses mal für mich wo renn denn Ursa hin bleibt mal hinten er hier wie in einem Hinderhalt ach so Ursa Ursa kämpft gegen oh dann kämpft man gegen Nelix Entschuldigung Ursa aber jetzt kämpft sie gegen uns Ursa Ursa wie wen kämpft sie denn gegen Kalid ja gut Kalid dann müssen wir Kalid hier unterstützen wir haben halt jetzt nichts mehr großartiges was ist du noch hier person bezaubern bringt es irgendwas hier so einen kleinen Kerl zu bezaubern ach probieren und und Rettungswurf juhu hat hat ihr voll was gebracht leicht verletzt nur jetzt 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 wird sie natürlich wieder so ein Feuerring anbieten das wird die hier weghauen denn der soll nochmal rein ist vergeblich weil ansonsten wird es könnte es echt übel werden das könnte echt übel ausgehen ok ist jetzt nicht ideal aber ok müssen auf Kalib aufpassen ok oh den hab ich gar nicht gesehen gut vielleicht hätte man nicht auf Ursa obwohl die war beruht ich wollte schon sagen sonst hätten wir vielleicht nicht auf Ursa drauf hauen sollen jetzt ist es nun mal passiert so dann schau nochmal dich ein bisschen um ja ich denke die ganzen Schwerter lassen wir tatsächlich da weil das ist echt zu viel das gut ok dann haben wir das auch mehr oder weniger gelöst was habt ihr dieses mal für mich ist eigentlich schon schlimm genug dass wir so ein Dorf aus gestimmt ja ich kümmere mich gleich drum da kommt die nächste die nächste welle also zurück steht ganz oben auf meiner liste was habt ihr bin euch weit voraus chef wenn niemand besser geeignet ist ja ich seh schon kalid ist schwer angeschlagen hier oben sind bestimmt noch welche hier noch eine ganze horde vielleicht können wir die hier euch weit voraus chef so ihr wisst bescheid also ich glaube hier um den baum an für sich so dann holen wir uns jeden einzelnen holen wir uns halt jeden einzelnen hier rein die alte bald skate taktik kommt da hat uns noch nicht gesehen jetzt alte bald skate taktik holen wir die uns hier ein bisschen ran weil mal khalid du bist du bist gerade wartet halt was hat dir dieses manche die waffe moment waffe von khalid ist zerbrochen hat aber glaube ich schon aus schon ausgewichen aber die die doch keine zerbrochen welche waffe ist denn zerbrochen die hier ist doch nicht zerbrochen oder oder heißt es nur der drauf kann wenn ich das symbol sehe kannst weiter machen also ok was nichts mehr zum weit machen du könntest weit machen gut dann wieder Lux Auger eine Kette noch ein Lux Auger ich komme schon vor wie ein Lux ja wegen den ein Gold wegen diesem ein Gold Stück ist natürlich wie sie ist so dann schauen wir gib uns noch mal den Beutel her wir geben dir den gleich wieder mein Freund ich mache nur alles rein soweit es geht ok hier bitteschön der Beutel ist echt Gold wert finde ich so ähm ja das sind jetzt die Schwerter jetzt müssen wir halt ne die schwer die sind wirklich wie viel sind die wert ihr braucht meine Hilfe wie viel sind die wert die schwere hier ich glaube die sind gar nix sind sie ich glaube die sind null und jente also ich glaube das brauche ich die kann man liegen müssen bin bin mir jetzt nicht ganz sicher ok ja denn ja was wollt ihr bin euch weit voraus chef glaube wir müssen für heute erstmal Schluss machen denn wir haben jetzt alles ein ganzes doof ausgelöscht schon traurig hier drüben sind bestimmt noch welche ich mag mich aber jetzt um ehrlich zu sein nicht mit denen mehr auseinandersetzen machen wir das nächste mal und für heute machen wir erstmal Schluss ich weiß nicht was ich mit Kalid hier mache ob wir jetzt hier schlafen dann werden wir bestimmt überfallen und wenn die dann dort liegen und eine ganze Meute von dem von denen hier kommt bin mir nicht ganz so sicher ob das eine gute Idee ist erstmal tschau tschau tschau